Willkommen zurück zu einer neuen Folge We Want Back und ich will ja eigentlich gar nicht mehr weiterspielen denn ihr habt ja gesehen hier am Fenster so ein ekliges Vieh da komme ich irgendwie nicht weiter warum auch immer ich kann mit dem Anzug nichts machen ich kann nicht rüberspringen gar nichts ich würde gern irgendwas mit dem machen können aber der liegt so scheiße im Weg ich kann nichts machen Alter leck mich kleinen Augenblick besser so es ist ein bisschen hell aber gut Puh also ich muss aufpassen dass meine Kinder jetzt nicht wach werden dadurch ähm ah ist das das Passwort oder wie oder was äh hallo kann ich hier irgendwas machen ähm ähm le wow hallo ich muss mir das aufschreiben das ist nie das ist ein E das ist ein E ähm das und das das und das äh ich verstehe das hier aber nicht ich ich verstehe das nicht und wo ist dieser Gremlin hin und ja ja okay ich trau dem ganzen Spaß hier gerade nicht ähm ähm wir müssen also irgendetwas finden mit solchen komischen Zeichen drauf okay es wird ja nicht so schwer sein hoffentlich hoffentlich boah im Ausheitsmaul da ist ein S ich schreib mir das vorsichtshalber mal auf ich schreib mir das vorsichtshalber mal auf ja ist natürlich auch nicht gut hey jetzt sind wir aber wieder eben am Kreis gelaufen äh was wie wo war wa 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 hä hä Hä? Hä? Alter, ich... Nee, leck mich am Arsch. Was zum Fick? Hä? Es ist immer das Gleiche! Hier passiert doch 100 Pro... 100 Pro gleich irgendwas. Ähm... 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 Okay... Ich hab jetzt ein Foto gemacht und weiter... Das liegt halt hier schon ne wieder! Ich hab jetzt mal! Aber wenn ich zurück renne, bringt's da auch nix! Nee, es ist immer der gleiche Raum! ... ... ... ... Ich verstehe das gerade nicht. We want back. Wir wollen zurück. Ne, ist es zu? Ich habe kein Inventar oder sonst irgendwas. Das Spiel macht mich jetzt schon körperlich im Kopf. Ich habe kein Inventar. Ich habe kein Inventar. Ich habe kein Inventar. Ich habe kein Inventar. Äh... Okay. Oh. Oh. Ich habe keine Lust. Ähm, warum ist meine Kamera wieder zu? Hallo? Hallo? Ähm... Okay. Da gucke ich nicht nochmal durch, ne? Da gucke ich nicht nochmal durch, ne? Da gucke ich nicht. Hmm... Worte hin bestimmt. Wir lassen das mal. Ich habe keine Lust auf das, was noch passiert. Das haben wir ja. Das haben wir schon, ja. Da sind Kassetten. Man kann sich hier ja auch so gut verstecken, wenn was ist. Wo ist die Maus? Also bei aller Liebe. Wo ist die scheiß Ratte hin? Wie es weiter geht, erfahren wir in der nächsten Folge. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020